Aber 10 Leben habe ich jetzt. Jetzt weiß ich auch warum das Level Super Baby Homerun heißt. Typ du nervst mich. Ja, 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 haben wir doch schon was. Und ihr hört jetzt mal aufschmeißen. Haben wir hier ein bisschen turbo. Ja, das geht alles sehr langsam hier voran. Ich weiß. Ich bin hier nicht auf der Flucht. Und... Nü, wo? Arschloch! Da wollten schon die Typen kommen. Da... 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 Jetzt wieder diesen ganzen Mist hier. So, die passen jetzt alle mal K.O. So, so gut es geht. Die Schauch. Gut. Jetzt sind wir wieder an der Stelle. He he. Gut. Jetzt aber. He he. Geht doch. Das ist ganz schön unverschämt, du kleiner Sack. Ich glaube ich bin... ...abgestürzt. Hauptsache mal 10.000 Meter runter, ne? Um vielleicht noch Hoffnung zu kriegen, dass es vielleicht doch funktioniert. Und man nicht in den Tod stürzt, aber... Leute, Checkpoint war ja zum Glück da. Oh ne, nicht schon wieder. Ach, dann lass es eben bleiben mit dem blöden Fragezeichen. Dann Lenko Mio. Ah, vielleicht schon rück... Hä? Warte mal. Macht ihm nix aus, dann eben nicht. Klingt so leicht. Ah, so. Ah, so. Ah, so. Eier holen. Hallwitzka. Ah. Ah, jetzt muss ich auf den hüpfen. Und hier... Hoho. Das... Weiß nicht, ob das jetzt gut war oder mehr Glück. Ich hab's geschafft. Was das denn hübsches? Kann man das abschießen? Kann man. was kommt hier? Nochmal abschießen oder wie? Nö. doch auch die pflanzen und die ganzen gegner vereisen das spiel steckt volle überraschung muss man sagen es ist ständig was neues muss man schon lobenswert erwähnen aber zu recht das spiel so beliebt gewesen also so geht das eine rote münze da wahrscheinlich nicht aber dann versuchen was ausprobieren hier könnte man auch gleich hier so machen aber nein erstmal tausend versuche leute juhu ab lömschen das denn ach du sau tot tot ei lebt ja doch wieder die sind cool hier hat mich gefressen früh das schickt sich doch nicht nein oh baby komm ich gar nicht mehr raus die wollte ich fressen die fiecher he hee nur drin nix wie raus hier besser jetzt als später nix fragezeichen ich habe leider keine ex mehr was jetzt sehr scheiße ist hier gibt es natürlich auch weit und breit kein gegner ist natürlich völlig klar ich bringe ich um ich bringe ich um hier erbt so ich nehme nochmal ein spügel zurück da war ja nämlich ein fragezeichen so heißt das wir verwandeln uns in einen maulwurf das ist schon sehr hübsch das ist schon sehr hübsch he 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 nicht übel ja da waren wir schon da waren wir noch nicht da waren wir noch nicht ganz schön frech bebeee 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 ja und darunter unter was denn hier wieder werfen einen gegner oder ein ei in die blume und du bekommst münzen oder sterne das wurde ich jetzt eigentlich nicht es ist unverschämter spiel du bist schuld so jetzt kann ich aber nur zur blut 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 kann ja auch ein benutzen bei stoffen gegner da oben da nämlich so das war gerade mein handy sms gekommen da gehe ich gleich mal gucken denn ich muss mal sehen ganz schön aufnehmen heute knapp eine stunde das würde heißen ich mache heute schluss mit diesem sehr durchwachsenen dieser durchwachsenen session ja ich habe nie behauptet das gut ist das spiel ist schön aber ich bin schlecht einheimige bandy drücke einen beliebigen knopf um die einzelnen walzen zu stoppen die slot machine auch wieder ein teil von super mario post 2 melone das war's für heute bis morgen schluss schluss